Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von ARK Survivaly World. Danke, dass ihr eingeschaltet habt bei mir. Wie es ihr eigentlich schon seht, ist dabei wieder Techlight. Guten Tag. Und leider Gottes hat uns Andy mal verlassen, so wie letzte Folge. Ja. So, wir sind immer noch am gucken nach einem ordentlichen Alpha. Ja, den Neko haben wir auch gefunden. Er stand quasi 10 Meter vor uns. Also, ich habe Stunden gesucht. Nein, 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 lüge doch mal nicht so dreckig. Okay, er hat mich gefunden. Du bist da auf den Karten gegangen und hast was zu trinken geholt. Pst. Wo war denn jetzt eigentlich der Berg, wo die ganzen Alphas rumschwirrt? Und war das hier? Ich habe keine Ahnung. Nee, es war noch weiter oben. Noch weiter. Oh. So, wie schon gesagt, immer noch auf der Suche nach Alpha-Sauriern, wie zum Beispiel Alpha-Rex, Alpha-Rapto, Alphas. Ähm, Kano. Wir finden aber noch keinen. Alter, ich habe nur durch Fallschaden, habe ich über 300 Leben verloren. Oh, ich habe auch Fallschaden gekriegt, aber fast gar nichts. Nein, du musst H drücken, dann siehst du die Stats. Wie Kälte aus Sauberleben. Erfahrung. Krass. Oh, was haben wir denn da unten? Schönes Wackeln. So, und auf ein neues Hallo und herzlich willkommen bei Spino gegen Rex. Rex. Das erinnert mich gerade an die Meinungschaft. Darf ich auch? Darf ich auch beißen? Ach, hinter dir ist noch ein Rex. Das sind ja zwei Rex und für beide einen hier. Mampf, 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 mampf. So. Boah. Uh, Level 27 war der. Was? Oh. Da ist noch einer. So, mal kurz Level abmachen. So, 166,8. Äh, Hit. Also, Base. Base da Marke. Komm schon. Ja, Level 3 Rex. Weg damit. Ist ja süß. Ich habe mich gerade gegen Level 27 schon angelegt. Eins noch ein Karno. So, jetzt müsste ich meinem Kleber was zur Förderung geben. Ich wäre immer noch angegriffen und irgendwas. Ein Skorpion hier. Bei einem Raptor ernsthaft? Komm, ernsthaft. Nomm, 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 nomm. Das ist natürlich wieder ein Ligerfleischens mit dem Schockat. Nomm, 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 nomm. Nomm, 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 nomm. Du, äh, wie viel Schaden hast du eigentlich, machst du mittlerweile? 166. 166. Ich weiß, es ist wenig. Ja, ich mache 160. Ich gehe da mal ein bisschen auf, äh, auf, auf, auf Heilung, ne? Äh, ab und zu über auf Leben. Wie viel Leben machst du? 1100. Na gut, ich habe 1600 mit dem. Ja. Aber wenn ich es mal angucke, ne? Also die, 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 die... War noch nicht mal Alphas, die zwei Rexe, die haben mir schon ganz schön zuge... Das war gut. Na gut, es waren zwei Rexe, dann war es noch, äh, zwei Prontos, ein Raptor. Äh, die haben aber trotzdem ganz schön. Ich habe nur noch 900 Incept-Steven von 1600. Okay, das ist viel. Also viel verloren. Ja, ja. Äh, aber zum Glück habe ich hier Prime Meat. Prime Meat. Hä, äh, heilt das denn besser? Ja. Okay. Ich habe auch Prime Meat. Ich habe hier noch so 20 Prime Meat. Aber was ist denn das hier? Aber ich bin voll. Geheilt, quasi. Weißt du, das ist wieder... Oh, da vorne ist ein Spino. Okay. Davon ist ein Spino. Davon ist ein Spino. Ich habe ein neues Rezept gefunden. Okay, was für ein Rezept? Zum Kochen. Das Kind ist ein Spino. Ach dort? Ja. Das sieht aus wie deiner. Ja, das könnten Geschwister sein. Attacke. Spino versus Spino. Versus Spino. Oh, Level 10. Level 10. Kann ja nix. Ja, Lappen. Und du willst, ich glaube, wir sollten mal nicht so die große Klappe haben. Vor allen Dingen, die waren wir jetzt eigentlich langsam auf das Gebiet von Alphas zu rennen. Vor allen Dingen, die sind aber noch zwei Brontos. Ich muss... Ich will nicht mal ein Stamming. Okay. Einfach Rex. Okay. Sollen wir die Spinos hier lassen? Dann überleben die vielleicht. Und ich brauche sowieso kein Spino für meinen Raketenwerfer. Kann ich was warten? Ich weiß aber auch nicht, was er für ein Leben hat. Ich auch nicht. Soll ich die mal von Weitem anschießen? Also irgendwie geht mir ja gerade aus aufgrund. Da ist er mit der Salene. Okay, der kommt. Oder? Nee, doch, jetzt. Also ist der schnell. Jetzt nehme ich noch einen Kornhau. Aber normaler, ne? Ja, ja. Guck, hier vorne sind die Vögel, die ich meine. Diese Rennviecher. Die Strauße. Soll ich da mal mit der Dings draufknallen? Haben wir mit der Bitte drauf, genau. Moment, stopp. Dann? Da hinten ist noch ein T-Rex. Den müssen wir zuerst erledigen. Nur wenn du einen angreifst, lockst du ja automatisch den anderen mit an, ne? Ja, das ist das Problem. Und die kriegen eben halt einen Bonus. Was testen. Warte, ich muss eben ein Stückchen weg. Ich muss den hier, dass der aufhört wegzurennen, wenn ich absteige. Da musst du den pfeifen. Da ist diesen Kippen noch alle bitte auf mich geascht. Ah, ne, die sind, die sind, die sind ja dieses Wanderen aktiviert. Stimmt. So, disenable Wandering. Okay. Okay. Okay, der Alpharex. Ich glaube, der backt da fest. Also, es geht mit euch kaputt hier. Ja, danke. Der backt da fest. Dann hört sie erstmal den, den dann Alpha. Ja. Achso, der kommt, glaube ich. Ne, der flüchtet. Ja, der hat schon der Damage gekriegt. Achtung, er ist wieder frei. Der Alpha ist frei. Oh, Schatz. Der kommt. Ne, der kommt nicht. Der andere rennt weg. Der geht weg. Der andere kommt aber. Jetzt kommt der Alpha. Ne, der Alpha hat er. Ne, der Alpha, der ist da hinten. Das Problem ist, ich kann, ich kann ja gerade auch nicht schießen und gleichzeitig mich um den Kano, äh, mit dem, mit dem Spino hier kümmern, ne? Um deinen? Ja. Warte mal, dann bleib mal drauf sitzen. Achtung, du warst von dem Kano angegriffen. Dann kommen wir zu mir. Ich deaktiviere mal das Wandern bei dir. Ne, das Deaktivieren habe ich, äh, das Wandern habe ich schon deaktiviert. Aber ich will ja den Alpha abschießen. Aber das kann ich nicht, wenn ich auf dem, äh, auf dem Spino sitze. Steck mal kurz ab. Los, aufsteigen, aufstehen, danke. End über Wandering. So, neutral. Neutral und steck jetzt auf Passiv. Ja, der greift, der greift nie an, wenn du angreifst. Der greift nicht an, wenn ich angreife. Richtig, dort ist er wieder. Der Alpha. Der Feuer ab, das Ding. Okay, da musst du mal eben kurz weg. Nein, der bewegt, der sich wieder. Geht doch wieder. Hast du geschossen? Ja. LOL. Das Ding geht ja nach unten, äh. Lauf mal ein Stückchen nach vorne, bitte. Ja, Ballästik, na klar. Oh, okay. Weiß nicht, von hier aus treffe ich den. Ne, der rennt jetzt auch wieder hoch. Rein theoretisch müssen wir den ins Wasser legen. Ja, ins tiefe Wasser. Hm, da ist er schön langsam und lahm. Und da ist mit dem Tiraptone gekommen. Ich probiere es nochmal. Headshot. Passt. Hans-Hoff, den ist getroffen? Dort bist du. Also, bei mir ist es hier direkt neben mir explodiert. Ich treffe den, glaube ich, gar nicht. Aber nur noch drei Schuss. Lass den Spino jetzt mal hier stehen. Holt der Bug da fest? Oder weiter in den Berg hoch und von oben drauf knallen? Ne, riskieren wir nicht zu viel. Ich würde gerne wissen, was du für ein Level hast. Soll ich mal von hier aus nochmal schießen? Das ist ein Riesenvieh, ey. Ja, schießen wir von dort. Du durfst ein tausendprozentig treffen, außer du schießt haushoch daneben. Das hat getroffen. Aber volle. Ja, bei mir sah das aus, als wäre der daneben gegangen. Ne, ne. Okay, ich hab keine. Ja, der war daneben. Das, das, das löse. War da richtig tief drin in der Kacke. Komm, 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 Kleiner. Du schaffst das, Chaka. Schön im Arschloch ummehren. Ja. Alter, wie viel Glück kann man haben? Ja, ja, das ist jetzt echt mehr Glück als Verstand. Aber denk dran, das kann es lange dauern. Raptor, Spino, Dillo. Oh, scheiße. Alter. Macht der Damage bei dir? Ich hab nur noch halbes Leben. Okay, ich bin gleich tot, glaub ich. Okay, Rückzug. Also, ich hab keine Stamina mehr. Okay, so jetzt. Ist er tot? Ja. Achso. Und ich bin's auch. Also, da ist bloß Level 2. Naja, es war ja geplant. Also, wir wussten ja, dass wir drauf gehen. Irgendwann haben wir's ja schon geahnt. Ich hab noch ein Kometszimmer aufgemacht. Lol. Das bedeutet, wir müssen uns wirklich jetzt um das Ei kümmern. Das darf nicht kaputt gehen. Das muss fertig ausbrüten. Also, ich hab letztens geschafft, ein Alpha Rex ertrinken zu lassen. Okay. Also, das funktioniert wohl. Na, es war ein Versuch wert. Und mit denen leider Gottes traurig... Hast du's eigentlich überlebt? Ja, nein. Robion. Und mit den traurigen Bildern möchte ich mich jetzt erstmal von euch wieder verabschieden. Oh, shit. Folgen Ende. Ja. Ich weiß nicht, was da abgeht. Ich wünsche euch viel Spaß. Nein, ich renne hier ein viel nacheinander in die Arme. Kann ich jetzt erstmal abmotorieren? Ja. Danke. Wenn's euch gefallen hat, wir würden uns um Feedback freuen. Das schließt eigentlich das Kreis mit ein. Und ich würde sagen, wir sollen uns dann in der nächsten Folge viel Spaß mit gucken. Und dann einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Dann tschüss. Und rein. Ciao.